Hi, ich bin Dennis und ich bin Alex und wir sind von Laufen davon. Diesmal kann ja leider Libori nicht stattfinden und wir kommen auch alle aus Paderborn und finden das richtig schade. Aber diesmal gibt es Libori Digital. Genau, da haben sich ein paar clevere Leute was richtig Geiles überlegt. Ihr könnt auch dabei sein, in der Libori Woche werden verschiedene Bands, Künstler gestreamt. Ihr könnt euch das Ganze zu Hause mit Freunden, Bekannten anschauen und den Abend genießen. Ihr könnt auch mit einem Unterstützer-Ticket die Künstler unterstützen, die es in dieser schwierigen Zeit da etwas härter getroffen hat, wo jetzt enorme Einnahmen fehlen. Und auch uns könnt ihr beispielsweise unterstützen. Wenn euch unsere Performance dann gefallen hat, könnt ihr uns ein digitales Bier ausgeben. Und ich denke mal, das wird bei uns und den anderen Jungs in der Berlin sehr gut ankommen. Und wir werden das mit Sicherheit auch im Anschluss direkt verzehren. Also, wir freuen uns, wenn ihr einschaltet. Nicht nur bei uns, auch bei den anderen Kollegen. Und wir wünschen dabei viel Spaß. Macht's gut. Ciao.